Von Profis inspiriert haben wir SilberTool entwickelt, das Gewindereparaturwerkzeug. Bei der Arbeit mit mechanischen Komponenten ist es nur eine Frage der Zeit, bis man sich mit einem defekten Gewinde abmüht. Oftmals muss aufgrund des defekten Gewindes das komplette Bauteil ausgetauscht werden. Die Erhaltung der ursprünglichen Form des Gewindes ist essentiell für die Sicherheit des mechanischen Bauteils. Spanabhebende Technologien schwächen das Gewinde, was oftmals ein hohes Risiko mit sich bringt. SilberTool nutzt die weltweit erste mobile spanlose Technologie und repariert Gewinde durch das Formen in die Ursprungsgeometrie. Hierdurch werden die statische und die dynamische Festigkeit wieder vollständig hergestellt und die Gewindeoberfläche kalt verfestigt. Originalbauteile bleiben vollständig erhalten. SilberTool kann bei allen Außengewinden verwendet werden. Die entsprechenden Rollen werden in dem Werkzeug eingesetzt. Dieses wird dann neben der Beschädigung angesetzt und von Hand zugestellt. Durch das anschließende manuelle Rotieren des Werkzeugs um das Werkstück wird das Gewinde wieder vollständig zurückgeformt. Die Materialprüfanstalt Hannover hat nachgewiesen, dass ein mit SilberTool repariertes Gewinde eine noch höhere dynamische Festigkeit besitzt als ein neues Gewinde. Reparieren mit SilberTool. Einfach und sicher. Aja Petra E acknowledgement E möj combattst